Lichtszenarien werden möglich, wo das Licht über Aktoren getrennt vom Schalter gesteuert wird. So kann gesteuert werden, welche Lichter für den Weg zur Toilette genutzt werden sollen. Lichtszenarien können aber auch zu Problemen führen, wenn mehrere Menschen davon betroffen sind. Wenn beispielsweise das Licht im Flur schon vor dem Einschalten des Nachtlichts leuchtet, stellt sich die Frage, leuchtet das Flurlicht, weil vergessen wurde es auszuschalten oder leuchtet das Flurlicht, weil es als Ambientebeleuchtung für das offene Wohnzimmer genutzt wird. Wir haben im Labor ein KNX InOcean Gateway genutzt. So können wir mit dem InOcean Schalter über KNX Aktoren das Licht steuern. Farbige Lichtszenarien setzen wir mit dem Philips Hue System um. Auf die Wirkung farbigen Lichts gehen wir an anderer Stelle ein. Wir brauchen Energie. Gestehen sch�en sie noch. Ich freue mich, dass wir verraten, dass sie noch nicht nachdem. Wir brauchen die Lichter und die Lichter herbezüren. Untertitelung des ZDF, 2020